so und da sind wir wieder zurück jetzt auch endlich wieder mit mir endlich ohne scheiße zweimal gestorben ist es reicht ich habe mich jetzt die initiative gegründet zwei tode es reicht ein herz für karte genau mit der adresse geld ganz viel mich hier vor doch ich hab dir nicht dahinter als eisenstiebel gelegt warum der ich das geld nicht mit weil wir das gold nicht so wichtig finden weil wir hier card auf die jahre aus dem jahr aber kreuz auch nachher wichtig nachher nicht jetzt aber jetzt muss ich das hier oben anhört er achtet sich eine ganze wasser was hat was hast du was hast du denn bisher hast du schon eine hose ich nein ich kann jetzt so kacken dreist sind und mir fassen in dir und ich hab nix ich glaube nackt tony ja ja was willst du möchte möchtest du dich anlegen oh ja ich bin level 15 ja 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 ich glaube ich bin da trotzdem noch ein bisschen stärker warte wo soll ich kommen wo soll ich gehen wo soll ich gehen hallo wo soll ich gehen mama da hoch genau wo soll ich gehen wo soll ich gehen höchst du das geiler beat boom boom städter boom boom butsch boom butsch boom butsch boom butsch wie seid ihr denn in der schlucht ja in welcher schlucht okay ich hab mich richtig hart verkackt Leute Leute geht weg ja okay okay hast du oder ich denn angeguckt ich war das bau über dir was hin ich bin safe ich nicht wie seid ihr denn ich komm zu euch und sterbe schon gleich vermaglich also hier ist ein crafting table klar wie kann ich denn warte Achtung Achtung bist du bereit kommen wir rein nein wir schießen wir nicht auf den ja ey geht der nächste der kommt grad das wo der ist doch grad runtergefallen warte bitte geh sterben ja ich weiß nicht wo er ist toll ich zieh ihn nicht mehr du mein neid sonst ist so gleich dort wow hoho hallo wie seid ihr denn soll ich ihn schlagen hallo hallo ne brauchst du nicht nice one du stück scheiße okay jetzt brauchen wir jetzt bei dem Wasser wieder zu hier ne wir sollten wieder hier hoch gehen sonst äh ja alter Junge wir wollen nicht dass du stirbst wir wollen einfach nicht dass du stirbst wir wollen einfach nicht dass du stirbst ja ich bin schlecht in der Höhle drin wenn du es mal mitbekommen hast ja wir sind doch irgendwo anders wir wissen ja nicht äh ja 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 ganz genau ihr wollt nur mich nicht mit haben ihr wollt mich ausschließen ja wir kommen mit auch mich aus dem Projekt draus mobben LOL LOL NEIN ja ich hab's gewusst hinter dir warte kriegen wir locker sobald wir in die Lava geschmissen haben ja klar NEIN NICHT EGAL darf weiter EGAL YOLO ok dann dann halt nicht kriegen wir halt keine schöne Rüstung von dem YOLO und wo bist du denn hier oben daaa weil wir weil wir hier irgendwo hochgehen und hochbauen wir ja hier lehm war ja lehm war ja lehm lehm ha 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 mein Urspiel ist die hier was scheiße wo seid ihr in einer Schlucht ja in der Höhle die ich gefunden habe oder in welcher Schlucht Ja, genau. Aber, wie gesagt, wir, keine Ahnung, ich bin auch, ich bin auch irgendwie nur durch den Namen von Bortock hier hingekommen. Ja, Sekunde, ich bin auf dem Weg. Jetzt ist es zu spät. Toll, das ist. Äh, ja, warte. Ich hab mich jetzt auch hier grad verlaufen, ich bin hier irgendwo in der Höhle. Äh, Bortock, wo bist du denn? Auf dem Weg nach oben. Wir wollten noch zusammenbleiben. Oh, Diamanten. Oh. Schön. Dann bringen erstmal alle Diamanten mit, ne? Oh, ja. Oh, ganz viele. Ich bring auch ganz viele mit. Oh, ja. Und noch mehr Diamanten. Oh. Äh, wie bist du hochgegangen? Ich bin noch gar nicht hochgegangen, ich baue mich grad hoch. Ja, wie gesagt, das wäre Leben. Ich baue mich ja nicht nach oben. Ich mache gerade Öl. Aber manchmal ist es einfach so mittel zum Fleck. Manchmal. Ja. Manchmal. Ja. Aber warum manchmal hat Tony einen auf die Fettel schütten? Manchmal. Au. 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 und Skelett wurde gekracht aller 10 Sekunden Skelett runter, ich will kein Cooler bohren Okay, ich hab Meteorie gefunden, cool Hab ich auch Unter der Erde Ich auch, total lame Denk dann an die... Ja puh, denk bitte an die Ding an, äh, nicht an die, äh, Dingscooper da, ne? Scheiß drauf Na, ist nur, glaub ich, bei Steinen, der noch nicht fertig, äh, also der noch so blüht, glaub ich, jetzt kommen die nur Keine Ahnung Ich hab's jetzt noch nicht ausgetestet, weil ich bin zweimal, glaub ich, dabei gestorben Ich weiß jetzt nicht, äh, ob es jetzt an dem Punkt lag oder an dem... NEIN! Ich bin tot Nein, das liegt mit dem Ernst Doch, klar Ey, du Stück Scheiße, Verarschungs, nicht Nein! Walk into Fire, was? Ja Nein, er hat den ersten Tod, juhu, ich bin... Und ich hatte so viele Diamanten dabei Oh, ne, das liegt mit dem Ernst Doch, klar Wie viel? OOOOOOH GOD Ich bring dich hoch Das ist so Scheiße Das war's dann wohl mit mir Welche, warte, 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 wann, warte, wann, wann durftest du nicht aufnehmen, Carter? Am 28. Also ich hab' nichts hochladen Schaui, ich glaub' ich darf am 29. nichts hochladen, ist okay Doch, doch, am 30. schon an die 30. doch Kata, siehst du mich? Äh He, doch, ne, 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 am 29. ist da, wie ich nicht so fahr'n Ne, 30. Hallo, hallo. Ich seh' dich aber nicht. Hier, hier bin ich. Du bist bei mir unsichtbar. Nein, ich bin unsichtbar. Le, 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 ich glaub' hier nach Düsseldorf. Ne, warte mal, ähm, am 28. habt ihr ja jetzt... Ne, ne, doch, doch, du hast recht, am 30. Ja, hast'n noch mal Glück gehabt, beinahe die Silvester-Folge. Mhm. Fick die Wanderer, ja, das ist so behindert. Wollte mich kurz ankotzen. Weil, ne, Bottog, Bottog hat's ja vorhergesagt. Ja. Weißt du, dass Olewester dieses scheiß Geländ mich genau da getroffen hat? Ich wollt' da weg und bam, wegt, Bottog. Ich glaub', ich werd' Bottog meinen, äh, ähm, Lottozettel ausfüllen lassen. Haha. Du, du sag' mal nicht, ich, äh, arbeite sowieso mit Lottozettel. Ja, ich, äh, bin, äh, wie gesagt, ich hab' ja die Chance. Achso. Hast'n Händchen dafür, züger, züger. Ne, ne, ich muss, äh, ich muss die durch, durchziehen durch'n Automat. Wie viele Dias hast du jetzt eigentlich noch? Sechs. Oooooh. Das sind auch bestimmt alle verbrannt, oder? Ne. Ja, meine natürlich ja, weil ich... Ne, ich mein' ja, aber es waren doch die Drogen. Das meiste. Die 16, ja. Ne, das Problem ist, weißt du, guck, ich hab' das erst zu spät gesehen, dass da hinten, dass ich da hinten hätte noch hinschwimmen können. Deswegen, dass ich da hinten... Oder siehst du mich denn jetzt schon, oder nicht mehr? Da bin ich immer noch irgendwie mal bei dir. Wo bist'n du gerade? Hinter dir. Äh, könnt ihr mich anschreiben, ich, äh... Oh, ne, wir müssen sich forträgen und er lässt mich hier... Und er lässt mich jetzt raus. Ne, äh, Kata, können wir, äh, können wir dann noch, ähm, Erfolg aufnehmen? Äh, mal gucken. Ich weiß nicht, ich... Ich, ich, ich will jetzt noch nicht zusagen, mal gucken. Also wenn ich jetzt gleich zum Müll bin... Ja, ja, ne, 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 also fummeln tue ich halt sowieso nicht. Weil ich fummeln tust du sowieso nicht? Hä? Was glaubst du? Weißt du, weißt du, guck, nachdem, weißt du, nachdem, nachdem, was jetzt passiert ist, werde ich mir morgen einfach hingehen und einfach sagen, Hi! Na, ich bin der Toni und du bist die Laura, hallo! Du bist ein... Nee, ist ein nicht. Ähm... Du fühlst mich immer so. Ich logge mal eben aus. Komm wieder ran, bleib mal nicht stehen. Ja, ich steh. Ich steh, ich steh. Ah, ich seh dich, hallo! Na! Hallo, hallo, hallo! Na, hallo, Sönke! Hallo, Sönke! Hallo, Sönke! Hallo, Sönke! Ich bin so alleine, äh... Keine, keine, keine... Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt hab. Ja, Alter! Jetzt weißt du, wie ich mich immer gefühlt hab. Wie jeden Tag! Alter, hier schießt jemand, hier schießt jemand, alter! Fuck! Ey, du Stück Scheiße! Hör auf damit! Ja, Botox ist mein Freund, er hat mich gerettet, boi! Kein Ding, du gut! Äh... Warte, wann kommt morgen mein Bus? Wann muss ich dann fahren? Das ist nicht wahr, ich weiß es nicht. Äh, nee, die Antwort weiß ich ja. Ich hab mir jemand aufgeschrieben. Ich hab's aufgeschrieben. Ich hab's aufgeschrieben. Ja, man muss 15 oder 18 da... 15 oder 18 schaff ich das überhaupt mit dem Bus zu fahren? Na klar schaff ich das, ich bin geil! Äh, okay, jetzt sind wir in der Schlucht, okay. Du bist zweimal in Minecraft gestorben, Kata. Ja, wir lassen's so viel mitnehmen wie wir können, weil wir brauchen nachher für die Scale-Rüstung oder auch für... Stimmt, genau. Für die Rüstung brauchen wir auch extrem viel. Dann brauchen wir halt auch noch für den Zaubertisch und halt für ein Portal. Also, brauchen wir einiges. Ja, das stimmt das echt. Ich weiß nicht, wie viel man für die Rüstungen braucht jeweils. Das hab ich jetzt nicht im Kopf. Äh, ich grad auch nicht. Aber auf jeden Fall einiges, also... Aber wie schön Butterweich das ist, der war da drin. Einfach Herde. Eins kann mir keiner nehmen! Nooo! Das ist wirklich... Alter, lass mal mal. Oh, hier. Oh, scheiße. Und das ist... Und warum singst du nicht gleich extra für die GEMA, my heart will go on? Äh, ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt, okay, Leute. Ne, ich weiß, was ich jetzt... Warte, ich reiß dir so den Arsch auf, wenn ich bei dir vorbeikomm, ne? Ja. Ich reiß dir so den Arsch auf. Ach, meinst, 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 wie bei VFX da vorbeikommst? Ja, genau da. 30 Gründe, warum Motorradräder besser als Frauen sind. Erstens... Hast du grad Motorradräder gesagt? Ja. Ah, okay, ja, okay. Erstens, Motorradräder brauchen einen Ölwechsel, nur alle 3000 Kilometer. Okay. Okay. Okay, versteh ich nicht. Oh, ganz schön schlecht. Äh, die Kurven deiner Maschine hängen nie durch. Ja, haha. Oh, mein Gott. Drittens, Motorräder halten länger. Was? Und, äh, viertens Motorräder... Motorräder werden nicht schwanger. Doch. Ich will nicht wissen, was... Ich will nicht wissen, was die mit den Motorrädern machen. Und, äh, fünftens Motorräder können an jedem Tag im Monat gefahren werden. Oh, mein Gott, äh... Oh, mein Gott, äh... Alle Frau auch. Motorräder haben keine Eltern. Motorräder heulen nicht, wenn, äh, was schiefläuft. Doch. Hallo? Achtens, du kannst... Du kannst... Du kannst dein Motorrad treten, um es aufzu... Auf zu... Was... Aufzuwecken. Mach ich... Klar. Du kannst dein Motorrad mit deine... Mit deinen Freunden teilen. Äh, keine Frau auch. Zehntens, wenn dein Motorrad zu viel leer macht, kannst du... Alter. Äh, äh, zehntens, wenn... Boah, nee. Ach, Alter, nee. Weißt du, wie hoch steh ich vor? Schreibt mich jemand an. Also, vier... Fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn... Elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn... Ey, 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 ey Okay. Okay. Ich will jetzt nicht kommentieren. Nee, also, das ist traurig. Ich aber. Loser. Zehntens, dein Motorrad, wenn dein Motorrad zu viel leer macht, kannst du es mit einem Schalldämpfer kaufen. Zehntens, du musst dann einen neuen Riemen kaufen, wenn es wirklich fertig ist. Du musst erst nur dann einen. Ach Gott. Okay, Alter, oh ne Scheiße, das ist grad irgendwie alles mein, äh, alles weg. Wie gesagt, du bist ein Wohlfahrt. Allein die Vorstellung ist ja schon krank. Faktastisch, faktastisch. Katzen geben Menschen Kopfnüsse, weil sie sich sicher und geborgen fühlen und so ihre Zuneigung ausdrücken möchten. Also Kopf, ja, das sei das, ey, das, ey, wenn ihr das kennt, ne, wenn man so bei einer Katze so den Kopf hinhält und die dann so mit den, äh, so ne Kopfnuss, also jetzt die so richtig, und einfach so ne, äh, so, äh, so, äh, ähm, einfach so ein bisschen so da streichelt mit dem Kopf, so gegen den Kopf, weißt du, also so ein bisschen... Ja, also guck, ähm, dann zeig dir halt da ihren Zuneigung dadurch. Ja, meine Fresse. Wo hinten hin? Wie viel hast du schon Wurtock? 21. Ich hab 22, ah, ich bin besser. Wie lange braucht ihr noch? Ewig. Ewig. Dein Herzschlag verändert sich, wenn du Musik hörst. Ja, wir nehmen jeweils dieser ein Stack, äh, aufsiedern wird. Dein Herzschlag verändert sich, wenn du Musik hörst und richtet sich nach der Musikart. Oh. Jetzt hör mal, jetzt, jetzt hör mal, jetzt hör mal Rock, pass auf, jetzt hör mal Rock und danach sofort Classic. Hahaha. Hey, heißt der Kreshoff Kollapse, ey. Oh, ja. Weißt du, erstmal so übel schnell... Weil, so, dann so... Oder... ...so, dann so Dubsdip-Indo und danach, und danach, hier, so ein Classic von Mozart. Ne, hier, äh, electronic Dubsdip, was ich derzeit nicht höre. Ja, genau. Ja, und dann schön langsam ein Classic im Hintergrund. Hahaha. Das habe ich einmal gemacht. Nie wieder. Ein Mann aus Texas wurde aufgrund eines Hefepilzes im Buch immer sturzbetrunken. Was? Nachdem er Kohlenhydrate zu sich nahm. Warte. Ein Mann aus Texas wurde aufgrund eines Hefepilzes im Buch immer sturzbetrunken. Okay. Im Buch? Aha. Achso, im Bauch. Im Buch. Du warst okay, du warst nicht falsch. Ein Mann aus Texas wurde aufgrund eines Hefepilzes im Bauch immer sturzbetrunken. Nachdem er Kohlenhydrate zu sich nahm. Nach sich nahm. Ohne Scheiß bitte was. Zu sich nahm. Ja, ich weiß schon. Wer mal lesen. Wenn man furzt durchschnittlich 14 Mal pro Tag. Muss man mitzählen. Ja, auf jeden Fall. Ey, werde ich auf jeden Fall mal machen. Äh, denke an eine Zahl, verdoppel sie, addiere sie, addiere sie, addiere sie, sechs, addiere... Ich glaube, ich werde mit, mit Toni mal, äh, Vorlesestunde machen. Ja, bitte. Ja, ohne Scheiß. Verdoppel sie, addiere sechs, addiere sechs dazu, teile sie, zwei, dann traiere die Zahl, an die du ursprünglich gedacht hast, deine Lösung ist drei. Was? Ähm. Also Leute, denkt mal an, an eine Zahl, ne? Ja. Okay, gut. Verdoppelt sie jetzt? Ja. Ja. Addiere jetzt, äh, sechs hin zu. Ja. Teile sie durch zwei. Ja. Ja. Dann, äh, und jetzt zum Zahir, äh, die Zahl, an die du vorhin gedacht hast, also, ähm, die Anfangszahl. Nein. Ja. Ja. Also mit der Zahl, ne? Und jetzt, ähm, hier, müsste dann Lösung drei sein. Ja. Ja. Kater, an welche Zahl hast du gedacht? Äh, sieben. Ich an drei. Fuxik. Verdoppel sie, addiere sechs. Das werde ich mal morgen mit unserer Referendaren machen. Die ist ja, Martin, lehrt. Teile, teile sie durch, teile sie durch zwei. Verdoppel sie, verdoppel sie und teile sie. Das bringt also uns eigentlich überhaupt nichts mehr zu zutreten. Okay, warte. Mach das nochmal. Ich denke jetzt an eine andere Zahl. Okay, dann, äh, verdoppel sie. Ja. Warte, warte, warte mal. Äh, ja, okay. Ja. Addiere sechs hinzu. Äh, äh. Ja. Teile sie durch zwei. Gut, 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 gut. Äh, Sekunde. Äh, 40, ne, sind es 35. Okay. Ja. Äh, jetzt subtrahiere die Zahl, an die du ursprünglich gedacht hast. Also dann, dann subtrahiere die Zahl, an die du ursprünglich gedacht hast. Ja. Und gleich ist es so. Bin ich bei, äh, Sekunde. Töi. Äh, dann bin ich bei minus, äh, minus vier. Ne, ne, minus sechs. Keine Ahnung. Schlecht. Ganz schön schlecht. Ja, oder du hast sie verrechnet. Oder du hast sie verrechnet. Äh, okay, okay, ich nehme jetzt einen Zettel. Äh, stopp. Der Blut von James Harrison existiert eine Zettel. Wenn du den Zettel nimmst. So. Was war? Was? Oh ja, ich stimmte jetzt 20 Minuten. Ja. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, Hauserinnen, bis zum nächsten Mal. Der Blut von James Harrison existiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.